Hallo und willkommen zurück zu Splinter Cell Blacklist. Machen wir Panther zuerst? Ja, klingt sinnvoll. So, wir wollen perfektionistisch. Dann möchte ich dich wieder einladen. Ich hab dich gerne in meinem Spiel. Nett von dir. So, wie schaust du meine Ausrüsten? Ach ja, ne, ich bleib bei der Waffe. Weil der einzige Ausrüst, die mir da fehlt, ist einer, die er ganz schön entbehört. Okay, ich will ganz ehrlich sein, ich ändere da gar nichts mehr. Ich beschäftige mich nicht mehr damit. Ich denke, das Wichtigste habe ich dabei. Meinen Trikopter. Oh, die Geisterstadt! Geister! Geister! Und das war das mit dem Abseil. Da kam das. Geister! Es ist am Dach startet, genau! Oh, das will ich aber ohne Kills versuchen. Achso, andersrum, wir machen Panther zuerst. Naja, wenn wir dadurch sowas wie ein Bangalow verhindern, dann wird's schon richtig sein. Wir haben gute Sicht, das könnte schwer sein. Wir haben doch auch gute Sicht. Naja, es geht. Äh, äh, ich den, der mich anstarrt und du den anderen? Oder glaubst du, die beiden werden gesehen von irgendwem? Ich glaub nicht, dass sie gesehen werden. Na gut, dann töte den, wo man das Gesicht nicht sieht, ich töte den, wo man das Gesicht sieht. Drei, zwei, eins, los! Ich würd gern das Licht ausschießen, ich weiß nicht, ob das nicht zu auffällig ist. Naja, schuldige grad keiner her, dann. Äh, gut, ich mein, wenn sie die Leichen jetzt nicht mehr sehen im Liegen, ist ja alles in Ordnung. Stell dir vor, die Maps wären vermint, das wär aber krank. Der, den du markiert hast, ist, glaub ich, ein Hauptproblem, also die auf der rechten Seite meinte ich. Der Linke schaut weg, den könnten wir vielleicht sogar lieben lassen. Ein paar Leute schauen sich gegenseitig an. Ach, da unten ist Ohr, ne? Ja, der würde das hören, wenn wir den im Fenster töten, denke ich. Und der steht da die ganze Zeit rum. Ich könnte den Kontaktjocker, jetzt wo der, ist der da drin, oder ist der, wo genau ist der hin? Er ist jetzt unten ins Haus scheinbar. Äh, kommst du da hinten durch? Soll ich? Wir müssen sie ja nicht ausschalten. Achso, nee, warte doch, wir wollen sie ja ausschalten. Oh, das war ein Stealth-Knockout. Du stehst noch auf nicht tödlich? Ja, ich stehe noch auf nicht tödlich. Weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist, die Punkte. Musst du entscheiden. Wir sind noch ganz am Anfang gekommen, ruhig aussetten, wenn du willst. Okay. Ist er tot? Ja. Der tot, gut. Der ist auch tot. Gut, es war ein Fünfer-Kill. Wir haben 1800. Wo bist du hin? Okay, der erste, der sich wundert, wo seine Kumpels sind. Welcher von denen wundert sich? Der da unten. Der, den ich markiert hab? Ja, der, den du markiert hast. Der rennt auf einmal so. Ich glaube, wir haben alle tot. Ja. Ja, ich denke auch. Ich glaube, wenn wir Hunde bellen, aber ich glaube, das ist anders. Ja, das ist ein knappes Viertel. Sag mal, ist das nicht die Map, wo wir den Typen retten? Ich weiß nicht, ob das hier war. In Position. Na ja, Krankenhaus. Heißt so. Gut, in der Nähe ist deine gute Abseilposition. Das ist die Map als Geisterstand. Das hier ist aber das Krankenhaus. Sorry. Ich mach A heute. Ich weiß echt nicht mehr, was der Unterschied war. Bereit, wenn du es bist. In Ordnung. Vorwärts. Ich glaube, ich bin der, der warten muss, bis du einen tötest. Aber sei vorsichtig. Einer von uns muss einen töten, also. Wieso frage ich? Okay, äh, kannst du den töten? Ja, ich glaube, du musst den töten. Bei, ich muss noch eins weiter. Okay, ich mach schon mal die Tür auf. Eins, zwei, drei, vier... Ach, shit. Okay, das war der Teil, ne? Ja, das ist ja, wo wir getrennt waren. Ja, aber wie zur Hölle soll man das unentdeckt schaffen? Und ich mach grad die Seite, die ich weniger gut kenne, glaube. Der war nicht entdeckt. Du weißt ja, wie das da hinten immer lief. Ich meine, wir müssen es ja erstmal nicht ohnehin schaffen. Naja, gut, wär mir halt schon recht. Oh je, das wird immer so plötzlich sinken. Wenn du mit dir zählst, ne? denke ich mal. War alles lautlos, ja. Für Verkehrserie. Es waren noch alle in dem Bereich. Es fehlt halt noch der eine Sniper hier und auf unserem Stockwerk dachte ich wäre noch jemand. Oh, unten ist noch jemand. Den kann ich auch erledigen. Ich weiß nur nicht, ob es nicht noch mehr gibt. Wenn der unten alleine ist, macht es Sinn, dass ich den erledige. Wenn nicht, dann macht es keinen. Oh, okay, auf unserem Stockwerk ist das auch noch einer. Soll ich den Sniper mal wegschießen? Kommst du da hin, oder soll? Sollen wir einfach gleichzeitig auf den Sniper schießen? Okay, gut. Ich... Na, okay, von mir aus. Ich habe jetzt wieder das erste Mal hier. Der unten ist hinter der Säule. Dass wir wieder reich sind. Okay. Ich habe den halt nicht umgebracht und, ja. Ja, und der unten hat es gehört und ist dann hinter die Säule verschwunden. Also waren meine Schüsse auch etwas Fehlplätze. Anscheinend, hier komme ich nicht rüber. Schade. Wenn wir unten sind, werden die gleich getriggert? Oder wie war das? Ich bin mir nicht 100% sicher, wie das unter dem Strich funktioniert hat. Ich bin mir nicht gerettet. Steht der noch da? Schaut der noch hierher? Das war auf jeden Fall ein Kampfkill. Ach, shit. Okay. Ja, der starrt mich an, der, den du markiert hast. Hätte ich jetzt sogar erschießen können währenddessen. Er ist runtergelaufen. Äh, was? Okay, dann will er zur Leiche. Anscheinend, ja. Und jetzt kommen mehr Leute. Wir sind halt immer noch im Kampf. Ist halt irgendwie scheiße. Sie wissen, dass ich hier bin. Ja, das ist unwinstig. Hör doch auf, siehst du... Ich lass mich... Warte, warte, ich lass mich... Ich lass mich... Ja. Wahrscheinlich am sinnvollsten. Könnte ein Sunny gebrauchen. Ich kann überhaupt nichts sehen. Ich bin nur im Rauch. Beginn mit der Suche. Schnell! Kann die also nicht noch mehr markieren. Okay, ich hoffe, dass die jetzt alle wieder von der Leiche weggehen. Mich hat schlimm erwischt. Weil ich die hier so etwas nicht erwischen kann. Da ist noch mindestens einer, der nicht markiert ist. Ich glaube, zwei. Das ist einfach ein Licht bei dir. Ja, das wollte ich eigentlich noch deaktivieren. Aber mein... Mein EMP-Dümpel... Boah. Da hab ich jetzt abschießen müssen. Oh mein Gott, Alter. Sind hier viele noch zu... Du könntest ein EMP-Dümpel benutzen. Oder ein Geräuschemitter, um sie wegzulocken. Weiß nicht. Ich stehe unter Beschuss. Der Aufzug. Die im Erdgeschoss sind jetzt da. Das heißt, er gepanzert? Ich weiß nicht. Ich bin überfordert! Ah! Ähm, okay. Das war jetzt nicht ganz so schlau. Warum geht der nicht mal an? Der geht nicht mal an. Was zur Hölle? Ich hab da einen Kontaktjocker hingeschmissen. Jeder war gar nicht da an. Ist schon drüber gelaufen. Ich meine, er war an der Wand. Weil ich sie wohl nicht getroffen hab. Ich hab das Stück neben mir getroffen. Was genau sind unsere Ziele? Ja, unsere Ziele sind, nicht entdeckt zu werden. Das wäre ganz nice. Alles zumindest. Ich meine, wir könnten unbemerkt ja auch jetzt gleich mitmachen in der Theorie. Wir wurden ja jetzt noch nicht entdeckt im Endeffekt. Oder? Mit der Passage oben wollen wir ja nicht entdeckt. Ich soll töten, oder? Ja, grundsätzlich ja. Ich musste gerade umstellen von nicht tödlich auf tödlich. Warum hast du auf den mit Helm geschossen? Hast du dein Problem? Ja, der zielt auf dich mit seiner Schrofflinde und ist ziemlich aggressiv. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so gut ist. Ich checke nicht, was dein Problem ist. Ich hab doch gerade alle umgebracht. Was ist dein Problem? Nein, hast du nicht. Ich habe gerade erstochen. Was tut ihr hierhin? Ja, das war einer von deiner Seite. Was willst du denn mit einem von deiner Seite? Ich wollte nur sagen, der zielt auf dich. Ja, okay. Ich weiß nicht, warum er mich gesehen hat. Kannst du mir nicht ein bisschen Zeit geben, dass ich den auch ersteche? Ich habe gerade erst den ersten erstochen. Okay. Miaus. Dann wissen wir, dass das... Ich will halt nur, dass das alles in der Combo bleibt. Wenn das dann alles nur in der Combo bleiben kann? Ich fang an, okay. Oh. Ziel ausgeschaltet. Ja. Ja, oh mein Gott, fang an! Der sieht mich doch. Ja, jetzt war es zu spät. Okay, ich habe meine Beine erwischt. Der sieht mich doch. Keine Ahnung. Ich dachte, du merkst, wenn ich den ersten Kill mache und fangst dann an zu schießen. Ja, das habe ich doch... Das habe ich vorhin gerade eben gemacht. Und dann meintest du, nee, der hat dich gesehen. Also. Ich glaube, so oder so merkt der das. Weil die schauen sich doch an, die beiden Helmtypen. Weiß ich nicht. Okay, dann schieße ich halt den da hinten. Das kann ich auch machen. Dann fang einfach leise. Das ist entdeckt worden, scheinbar. Warum? Warum? Erstens, warum bist du nicht gestorben? Zweitens, warum ist es dir aufgefallen, dass ich die Typen hinter dir erschossen habe? Mensch, das lief doch beim ersten Versuch so gut. Was machen wir gerade anders? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hast du vorher anders getötet oder? Naja, ich habe vorhin halt nicht Nahkampf gemacht, sondern... Ich habe den halt einfach dann gleich erschossen. Also wenn du willst, mach mal so, ich... Ach shit, aber ich muss den einen da auch erledigen. Eigentlich muss ich den hier hinten einem erst Nahkampf killen. Und dann schieße ich den anderen ab, während du alle abschießt. Und das sollte ja dann... Jetzt ist er aber schon wieder weg. Aber wir hatten vorhin ne Quimper-Combos. Wir haben alle umgebracht. Weswegen. Ja. Es wäre gut, wenn wir das nochmal hinkriegen. Dann ziehe ich den nicht da durch, sondern erschieße ich. Ich weiß nicht, Nahkampf dauert halt. Und wenn Nahkampf zu lange dauert, ist das halt ein Problem. Ja, ich erschieße den einen. Ja, okay, aber jetzt haben sie uns soweit in der Nähe. Warum bemerken die uns denn jetzt? Ich verstehe jetzt nicht, was gerade anders abläuft. Ich habe der erste Run-Behalt Glück. Wir haben doch vorher das eigentlich exakt genauso gemacht, ohne irgendeinen großen Unterschied. Ich habe beim ersten Mal überhaupt nicht darauf geachtet, was du gemacht hast. Ich habe einfach nur meine beiden erschossen. Ja, und ich habe meine erschossen. Ich weiß, dir ist mir aufgefallen, dass der eine mit dem Typen auf der anderen Seite kommuniziert. Ich verstehe jetzt nicht. Ich verstehe jetzt aber auch nicht, jetzt ist der wieder von da rausgelaufen. Das ist irgendeinem komischen Grund. Das hat er vorher nicht gemacht. Ziel ausgeschaltet. Wieso kann ich den diesmal gar nicht markieren? Steht er diesmal irgendwie ganz anders? Bis zur Hölle? Sind ja kaum. Oh, oh, ja, da! Shit, der hat einen Helm. Okay, er ist tot. Okay. Das waren alle. Spawnen die unten jetzt vielleicht gar nicht? Die spawnen trotzdem, oder? Die spawnen natürlich trotzdem. Denn das da unten wird immer Assault sein, glaube ich. Nein, wird es nicht, Depp. Bereit alles vor, bis ich runterkomme, spawnen sie ja nicht. Äh, das laberst du, das stimmt aber nicht. Äh, wieso? Achso, ne, einer ist noch dort. Achtung mal. Das ist... Ich... Jetzt kann sein, dass das der letzte ist aktuell, bis ich unten... Hä? Okay, scheinbar nicht, ne? Er hat sich zu mir umgedreht. Nein, wenn ich... Wenn... Ich war doch vorhin auch die ganze Zeit oben. Wenn einer runtergeht, kommen sie. So ist es. Okay. Ja. Ich bin jetzt nur so ruhig gekommen, weil ich... Das war ich einfach nicht gewohnt. Ja, ist klar. War ja auch nicht laut, diesmal. So kam diesmal dann... Kam die dann diesmal auch ein bisschen ruhiger. Wie habe ich das gemacht? Einer kommt jetzt zu mir. Ja. Okay, ich hoffe, das war jetzt noch nicht entdeckt. Die werden die Leiche entdecken, wenn ich den da unten töte. Also sollte ich ihn besser nicht töten? Mein Gott, Alter, ich kann hier kaum um die Ecke schaben. Warum ging das gerade eben noch? Also willst du die drei denn eigentlich... Was ist denn mein Problem? Töten, bevor wir runtergehen, oder nicht? Ich weiß nicht mal, von wem du redest. Der Typ, der jetzt hier ist. Wo ist hier? Ich habe den gerade mit Helm markiert, oder nicht? Ja, den Sniper würde ich schon gerne vorher töten. Ja gut, der Sniper ist das kleinste Problem. Nur jetzt würde der Typ merken. Ja, ich kann aber. Ich will noch nicht, wenn der andere das merkt. Ich meine, die kommen... ...da aus. Die Leiche unten werden die auf jeden Fall gleich entdecken. Jetzt sehe ich nur so eine Hälfte. Jetzt sehe ich einen Kopf. Ziel ausgeschaltet. Ich habe das scheinbar nicht bemerkt, aber der unten hat es bemerkt und rennt jetzt raus. Nein, ist er nicht, ist er nicht. Ich glaube nicht, dass wir ihn da ohne dich sind. Ach, bist du gemein. Ich glaube, er ist da. Wo ist er? Sei vorsichtig. okay tag der nacht so meinst du wir machen licht aus also jetzt sind alle da ich weiß nicht ob sie jetzt dann auch alle aggro sind weil der andere ja noch aggro war ich wollte mich nur hier unten verstecken die kommen alle noch aggro vor genau sie schießen auch noch da war ich definitiv nicht okay ich glaube jetzt sind sie wieder ruhig kann ich runter kommen ich hoffe schon das hier ist die sichere ecke merkst du dir wir brauchen so bestimmt noch mal warum gehe ich noch siehst du das auch nein ich bei dir nicht oder wie was hast du gerade geworfen ich kann mich umdrehen was hast du geworfen eine haftkamera aber sie ist nicht durchgegangen ich wollte quasi bilder machen fotos von den gegnern ich wollte markieren hier ist einer zu markieren den könnte ich jetzt in den aufzugsschacht um umbringen oh mein gott sind das viele also eine sache ist klar die können wir nicht vielleicht kommen weil es viel zu viele sind klingt wieder ein bisschen aufgebracht aber die gleiche gemerkt ja auf jeden fall wo der will hier rein der kann aber nicht kriechen was für schüsse siehst du ja aber du hast doch den erschossen ja vorhin wieso sagt er dann jetzt schüsse wahrscheinlich weil er schüsse gehört ich weiß nicht wann die was sagen wofanach das dann passiert ist guckt der war schon ein stealth denke ich mal den da könnte ich killen wenn er zu mir kommt ansonsten musst du wohl der kommt ich hab den gerade durch den fensterbalken gezogen ja ich weiß das ist wesentlich cooler gewesen als das andere wenn du meinst kann den nicht markieren aber da ist einer der will wohl zu mir diesmal der liegt da aber jetzt sehr ungünstig ja da kann ich leider nichts von ändern das ist ein gepanzerter ich kann ihn aber nicht markieren wir könnten den beide tot schießen wenn er dann hier ist aber das ja dahinter ist noch einer versteckt sich irgendwo ich krieg den gang wieder rein ich kann niemanden töten ohne dass das noch jemand sieht denn es gibt keine eindringlinge sind noch mindestens vier die nicht markiert sind auf der linken seite allein ich kann aber kein weiter machen ich auch nicht also wahrscheinlich noch eine weile zu alter wie das auf der märme ausschaut warum gibt es nicht eine leise möglichkeit zu killen also eine leise granate verstehen die aber dann eben nicht gehost ist ich habe tränen gas wenn dir das was bringt das panthe das tötet nicht ja du kannst ja danach jemanden erschießen ohne dass du entdeckt ist weil du dann halt aus der deckung laufen kannst du zu sagen ja toll aber da sind so viele ich glaube nicht dass du genug zeit hast du das gescheit zu machen ja für kleine gruppen ja klein ist halt relativ ja meine ich halte die von mir aus auf stück für stück aus wenn die alle einander hierher kommen ja holen dir mach den haufen immer größer dann glaubt er kommt zu dir feind neutralisiert ich schau mal wieder auf die andere seite wie weit sind wir von den punkten über der hälfte kann ich doch das geht erschießen glaube ich die lampe ist nicht kaputt gegangen also labersteller hinten eigentlich zum aufhören zu labern trauen sich nicht in diese ecke ich habe eigentlich gedacht dass da wo du bist nicht sehr sicher ist ich dachte nur dieser gang hier ist sicher aber da habe ich mich wohl gut ich sehe ihn hier nirgendwo ich fühl mich soweit sicher ja ist auch gut so ich würde mich gerne rausschleichen damit ich besser zielen kann aber das licht nervt mich das kannst du nicht deaktivieren oder ab dem bereich durchsucht ich weiß nicht welches das ist wo ich gerade drunter stehen wird sie halt aufschrecken für den moment ich muss halt am tisch stehen sonst sehe ich nichts ach danke ok jetzt muss ich nur mal ganz kurz weg nein kann ich nicht markieren ich sehe gar nichts mehr ok es kommen welche jetzt in deiner nähe auf jeden fall ja will ich jetzt aber nicht drücken ok wenn du mal ok warum die serie jetzt laut geworden ist check ich nicht aber ok also ich habe danach versucht die lampe da hinten auszuschalten aber die lebt noch die ist unbezwingbar die lampe ich könnte jetzt ein magazin da rein ballern und es wäre vorbei unser ziel ist panther hast du eine ahnung du dir jetzt schon ruhig sind der muss noch hier sein hört sich für mich nicht so an aber sie bewegen sich nicht mehr also keine ahnung der eine zappelt die ganze zeit vor mir rum macht mir angst holy shit sind es viele ja sind nicht wenige die wir hier als gegner zu haben ich bin dafür dass ich was probiere und wenn sie mich dann entdecken lasse ich mich umbringen und dann sind wir wieder im stealth das hilft dir dann wiederum ok ok ja aber da muss ich auch zu einer leiche kommen da haben wir jetzt halt damit das stimmt wohl kann man hier runterhüpfen ja ich bin im aufzug schacht kann man da sich viel bewegen naja ja schon äh mal gucken ob ich an dem vorbeikommen mein gott wie lange braucht ihr denn bis ihr aufgebt ja das war ein kampf kill ok ja die haben noch nicht aufgegeben also lassen wir wieder normal rumwarten das tun sie nicht sie sind gerade alle irgendwie fokussiert auf eine stelle ja aber sie bewegen sich halt null das ist halt dumm ja ich weiß auch nicht was ihr problem ist seid vorsichtig der könnte überall sein ich glaube die sind verpackt die wollen sich nicht mehr bewegen können sich nicht mehr bewegen das ist aber scheiße dann können wir keine pantakills mehr machen ja wie groß ist das level danach noch wir haben zwei drittel also eigentlich sind wir ganz gut dabei wenn danach noch ein drittel kommt ich versuche einfach mal von der position wegzuschleichen vielleicht muss ich von der haut einfach weg ja hi haltet die augen auf der könnte überall sein wir könnten versuchen zum treppenhaus zu kommen ich glaube dass wir unter den umständen jetzt das panterkills kriegen würden ich bin mir noch nicht ganz sicher also eigentlich zumindest wir können nicht ins treppenhaus da sind ja die zwei leute da steht doch einfach wieder oh ja da stehen ja direkt zwei typen was passiert wenn ich die lampe hier ausschalten dann kommen wahrscheinlich Leute her das will ich nicht wirklich ich geh wieder in den aufzugsschacht ach ja okay warte weißt du was ich mach die lampe aus okay mach die bewegen sich gar nicht mehr haltet die augen auf der könnte überall sein wahrscheinlich müssen sie wirklich wen umbringen damit das funktioniert soll ich mich opfern oder du das möchtest meinst du das hilft dass die wen umbringen ich glaube dass wir die jetzt erschießen und dann bleiben die trotzdem dumm stehen und wehren sich auch nicht ich glaube die wehren sich nicht mehr das glaube ich nicht okay warte lass mich das ausprobieren den hellen typen mache ich jetzt einen nahkampf kill die da am treppenhaus müssten mich ja erkennen sie sind wieder aktiv oh mein gott geh nicht in den aufzugsschacht die musik der schall ist ja schlimm der schall ja der hat hier reingeballert und dann aber okay ja die stehen drauf dann warten wir halt jetzt ab wir sind ja beide sicher die scheinen mich hier nicht entdecken zu können Finger vom Abzug hat er gesagt okay sie wollen wohl hm keine ahnung also im zweifel bin ich dafür dass wir die halt jetzt alle killen und den nächsten Bereich machen und hoffen dass der reicht und wenn nicht dann naja müssen wir nächstes mal hoffen dass das hier nicht noch abzieht wir haben so viele Ghost-Punkte jetzt fürs Schleichen hier bekommen oh wow ich kann den leider nicht runterziehen sonst würde ich das echt machen aber er sieht mich nicht so düster hier drin trotz der Lampen suchen 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 ich glaube sie könnten vielleicht wieder ruhig sein ich bin mir nicht ganz sicher also sie gehen zumindest wieder einfach rum ah du tja dann erschießt du Licht okay ja und wissen was passiert bestimmt ist die Beleuchtung ausgefallen ja natürlich ist die Beleuchtung ausgefallen ja 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 genau ja also du kannst denk ich ganz gut einen von hinten töten jetzt ich nicht gerade in meiner Situation ich würde jetzt mit ein wenig Hilfe das würden drei Leute merken so nicht oh ratscht der hin ratscht der wieder ratscht der wieder hier hin ja gönn dir den 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 du markierst den kannst du dir denk ich holen ohne dass das jemand mitbekommt das war lautlos wir sind also schon wieder ruhig das ist schon gut siehst du was ich sehe überhaupt nichts Mann ausgefallen ich glaube der Schütze ist da drüben und das hier der war auch lautlos obwohl die Leiche entdeckt haben ok sehr gut wir kommen endlich wieder voran ich meine Leichen entdeckt ist ja eigentlich kein Problem aber wenn sie jemanden sehen dass er erschossen wird dann sind sie immer so ein bisschen ok äh da ist gerade einer nicht vorbei ja danke dass er mich sofort entdeckt hat das ist jetzt halt Kampf ja egal ich wollte den loswerden der hat geschossen alle anderen nicht ich weiß nicht wie viele es noch sind es also es ist sicher mehr übrig als der eine der markiert ist aber der Bereich hier bei uns ist safe hier ist niemand mehr rechts von mir sozusagen von meiner Sichtlinie aus betrachtet die ich jetzt ablesere ich möchte ins Treppenhaus also aber wir warten am besten noch ein bisschen oder ich weiß ja auch nicht ob der Typ von da oben runter kommen wird er ist es denn nur noch der eine das vertrauen habe ich halt gerade nicht ansonsten töte ich ihn einfach weil scheiß auf einen kämpft ich sehe sonst wirklich niemanden mehr ich sehe sonst wirklich niemanden mehr ich sehe sonst wirklich niemanden mehr wir machen jetzt weiter wir wissen noch gar nicht wie groß der andere Bereich jetzt ist ich warte auf dich kann ja sein kann ja sein dass das noch reicht was da kommt naja wir gehen da am nächsten Mal hin bewerten nicht vergessen und ciao tschüss